In der glamourösen Welt Hollywoods, in der sich das Drama sowohl auf als auch außerhalb der Leinwand abspielt, hat ein kürzlicher Vorfall mit Meghan Markle und Tim Burton die Boulevardzeitungen im Sturm erobert. Die Mischung aus königlicher Intrige und skurrilem Filmemachen hat die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen und macht diese Geschichte zu einer Geschichte, die es wert ist, verfolgt zu werden. Die Atmosphäre ist elektrisierend, wenn sich die Fans versammeln, um einen der einfallsreichsten Regisseure unserer Zeit zu feiern, Tim Burton. Bekannt für seinen ausgefallenen Stil und sein düster skurriles Geschichten erzählen, hat Burton mit Filmen wie Stern Edward mit den Scherenhänden Stern, Sternse Neidmare before Christmas Stern und Sternbeetle Joes Sternherzen erobert. Die Menge brummt vor Aufregung, als ein üppiger roter Teppich ausgerollt wird, der zur Bühne der Zeremonie führt. Prominente, Fans und Presse warten gespannt auf die Enthüllung von Boutons Stern. Unter den Teilnehmern ist keiner andere als Megan Markle, die Herzogin von Sussex, die seit ihrem Rücktritt von ihren königlichen Pflichten zu einem Symbol des modernen Königshauses und zu einer Verfechterin verschiedener sozialer Anliegen geworden ist. Megan kommt in einem atemberaubenden, aber zurückhaltenden Outfit an, das Eleganz und Anmut ausstrahlt. Ihre Anwesenheit verleiht der Veranstaltung einen Hauch von königlichem Flair und Kameras blinken, wenn sie Fans und andere Prominente begrüßt. Die Menge ist begeistert, sie zu sehen, und ein Flüstern der Bewunderung weht durch das Publikum. Als die Zeremonie jedoch beginnt, ändert sich der Ton unerwartet. Tim Burton, bekannt für seinen skurrilen Humor, betritt die Bühne, um seine Gedanken über Ruhm, Kreativität und seinen neuen Star zu teilen. Was als herzliche Rede beginnt, gerät bald in unerwartetes Terrain. Während Burton an seine frühe Karriere erinnert, macht er einen unbeschwerten Stoß, der das Publikum verblüfft. Und wo wir gerade vom Einbruch in Hollywood sprechen, lasst uns Megan Markle Applaus spenden, die ein oder zwei Dinge über königliche Ausgänge weiß. Aber hey, Megan, du kannst nicht bei uns sitzen. Das Lachen, das folgt, ist gemischt, einige finden es komisch, während andere die Spannung in der Luft spüren. Es ist ein klassischer Burton-Moment, der Humor und Exzentrizität verbindet, aber er ist nicht wie beabsichtigt gelandet. Megans Lächeln stockt und ihre Körpersprache verändert sich merklich, während die Menge reagiert. Für jemanden, der es gewohnt ist, sich in der Komplexität des öffentlichen Lebens zurechtzufinden, war dies eine unerwartete Wendung. War es nur ein Scherz oder hat Burton eine Grenze überschritten? Das Flüstern wird lauter, während die Leute Blicke austauschen und sich fragen, wie Megan reagieren wird. Während die Zeremonie weitergeht, scheint Megan in Gedanken versunken zu sein, deutlich betroffen von dem Kommentar. Sie umklammert ihre Handtasche fester und schaut sich um, um vielleicht die Reaktionen ihrer Umgebung abzuschätzen. Das Lachen verstummt und eine unruhige Stille legt sich über die Menge. Nur wenige Augenblicke später steht Megan abrupt auf und sendet Schockwellen durch das Publikum. Sie dreht sich auf den Absatz und geht von der Zeremonie weg, Kameras klicken verzweifelt, um ihre Abreise festzuhalten. Der Kontrast zwischen ihrer eleganten Ankunft und ihrem plötzlichen Ausstieg ist auffällig und fügt dem Ereignis eine weitere Dramatik hinzu. Während sie sich ihren Weg durch die Menge bahnt, rauschen Geräusche durch das Publikum. Einige äußern Unglauben über ihre plötzliche Abreise, während andere über den Ernst der Lage spekulieren. War das nur eine vorübergehende Fehleinschätzung von Burtons Seite, oder hat er unwissendlich einen Nerv getroffen? Während sich die Nachricht von dem Vorfall verbreitet, explodieren die sozialen Medien mit Reaktionen. Fans von Megan und Burton nutzen Plattformen wie Twitter und Instagram, um ihre Gedanken zu teilen. Hastags wie Raute Megan und Raute Tim Burton scheitern im Trend, da Meinungen hin und her fliegen. Megans Anhänger äußern ihre Unzufriedenheit und erklären, dass Burtons Witz geschmacklos sei und die ständige Kontrolle hervorhoben, der sie ausgesetzt ist. Burtons Verteidiger argumentieren, dass es nur ein harmloser Witz war, typisch für seine skurrile Persönlichkeit. Die Kluft ist spürbar und die Diskussion entwickelt sich im Laufe des Tages weiter. Erwartungsgemäß greifen die Medien die Geschichte auf und machen daraus sensationelle Schlagzeilen. Nachrichtenagenturen berichten über den Vorfall, analysieren jedes Detail und zitieren Quellen in der Nähe von Megan und Burton. Spekulationen sind weit verbreitet. Hat Megan den Witz zu ernst genommen? War sich Tim nicht bewusst, welche Wirkung seine Worte haben könnten? Experten für Körpersprache analysieren Megans Ausdrücke und Gästen während der Zeremonie und fragen sich, ob ihre Reaktion ein Zeichen tieferer Frustration oder einfach eine momentane Überreaktion war. In den Tagen nach dem Vorfall befinden sich sowohl Megan als auch Tim im Zentrum eines Medienwerbels. Tim Burton, bekannt für seine Kreativität und seinen dunklen Humor, wird von Fans und Kritikern gleichermaßen angegriffen. In der Zwischenzeit versammeln sich Megans Anhänger hinter ihr und erzählen von ihren eigenen Erfahrungen mit der öffentlichen Kontrolle. Dieser Vorfall erinnert an die feine Linie zwischen Humor und Gefühllosigkeit in einer Welt, in der jedes Wort hinterfragt wird. Prominente müssen vorsichtig vorgehen, und Bottons Versuch des Humors mag ein Fehltritt gewesen sein, aber er unterstreicht auch die Komplexität der öffentlichen Wahrnehmung und der Promikultur. Wenn sich der Staub gelegt hat, ist eines klar, dieser Vorfall wird so schnell nicht vergessen werden. Es verkörpert die unvorhersehbare Natur des Promilebens und die immer wachsamen Augen der Öffentlichkeit. Während Tim Burton vielleicht beabsichtigt hat zu unterhalten, löste er versehentlich ein Gespräch über die Wirkung von Wörtern und die Bedeutung von Sensibilität im Humor aus. Was können wir also daraus lernen? Vielleicht ist es so, dass Humor, obwohl er ein wertvolles Werkzeug für die Verbindung ist, mit Sorgfalt eingesetzt werden muss, insbesondere in einer Welt, in der Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ständig auf dem Prüfstand stehen.